Achso, gut. Ja. Da. Ah, dann könntest du doch nochmal umändern vielleicht. Meine Güte. Ja, direkt hier auf den hier rauf, auf den Affen, der hier mitkommt. Arme Sau, die... Die anderen sind direkt neben uns hier. Da, Lex hat er. Mein Gott, der ist hier so hart, Alter. Der hat schon wieder ein Paket. Der ist tot. Da, Lex hat er. Müssen wir ausnutzen. Mein Gott, der ist da vorne. Ich hab ne Kiste, hier. Ammonie. Nehmt euch mal hier, bedient euch. Der ist direkt neben uns hier. Einen da unten, aber weiter hinten. Aber nicht. Kommt dann. Ach, da bin ich schnell. Da bin ich dann damit schön. Boah. Nein. Das sind denn hier meine Fässer. Ja. 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 Jetzt geht der gut ab hier. Ja. 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 Da war's. Ja. Ja. Da bin ich hin. Da hinten drauf ist. Ja. Na ja. so geld haben wir noch nicht doch ja meins liegt hier am shop was immer denn jetzt mal hier mit dabei immer hier nehmen uns geblendet so lange schießen bis er rauskommen muss ja genau einfach aufschalten da bis er tot ist zeitwahrer taktik ja die ist auch noch gut ich habe jetzt die neuner drin nein ich bin da die ko beim drop die sender stark gemacht lander bestimmt wieder hier beim job oder hier oben von oben vom berg man haut doch mal von mir so viele schild jetzt bei den okina kies hat er hatte ich schon gesehen kacke nach vorne sind sie bei diesem gelben ding robert ja ich werde ihn schon ich werde ihn hier schon der kommt der kommt ja gleich hier vor dir ein down oder kommt mir hinterher gewandt ach zwei achtet oi 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 ich sonde ich sonde ja ja mir sonde mir sonde mir sonde mir sonde ja kannst du mal sehen du lad nach du bist hinter mir her gelaufen ich dachte das war der gegner ey die ente ey juti hier vorne ist der wappen ich höre den schon wieder gehts hallo los die landen hier ja nein oh der kommt ja kann nicht sein kann niemand mich hier aufheben bin grad im fight drinnen aber ich komme gleich zurück er hat ihn er hat ihn er hat ihn ich glaube bei winaki farm sind die hinten noch gelandet da wo er markiert genau hier landet einer beim drop hier landet einer beim drop ja hast du ja bei jedem senster ah bei jedem menno ich höre den schon der läuft hier neben mir keine steps da unser drop hier zum start da drinne bei blau ich m'entend ich kann mich nicht mehr wo er verletzt ja ein 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 vielleicht nochmal zum drop gehen, er ist auch tot da kommt er da kommt einer hinter ihm landete jetzt aber den sieht ja nicht war doch jetzt muss er eigentlich nein ich gehe jetzt noch mal zum drop rein geh doch ran ich habe mich auf jeden fall hier landen sehen die kommen hier bestimmt gleich stepp ist hier oder hier oben auf dem dach noch auf dem anderen dach naja alles im griff hier da ist noch einer auf dem anderen marzantauer wenn habe ich also muss das laufen müssen los gleich jetzt war er kommt ja schon ich glaube jetzt leidet sich irgendjemand wieder in arsch wohnt hier landet wieder ich glaube hier war noch einer drinnen hat sich so angehört da ist hier noch ganz oben gewesen ich bin ganz oben oder hier unten liegen da ich hier haben sie sich ein dropping geworfen neben uns links von uns wir müssen los der ist nur container ja ich komme mit rein was sind zeit haben wir noch da und bei einer noch jungs wir bleiben zusammen das ding mal wieder wir bleiben Einzelner, oder was? Ja. Hier drinnen? Muss wahrscheinlich dann nach links irgendwo sein. Ach, oben auf dem Dach, wa? Ja. Oben auf dem Dach, jener ist, äh, der ist Schildtrick. Er gibt sich jetzt Platten. Ja, genau, er kommt genau in dem Moment, er ist vollplattig. Hm, ich holte auch, naja, also gibt's nicht. Ja, ich dachte, weil er sich gerade Platten gibt. Ja, der ist, der ist gut, der Typ, oh ja, gut gemacht. Ja, ich wollte schnell hoch, weil du meintest, der gibt sich Platten, aber dass er denn so schnell sich pläte, hätte ich nicht gedacht, ey. Na ja, gut. Ach, schrotz, ne gute Runde jetzt hier. Geht doch. Und das ist halt so, wenn man halt jemanden zum Selbstvertrauen verloren hat, dann die zu hat, am Ende fast so neu. Ja, das ist recht, der hat auch nicht viel gefehlt. Ne, ich hab da jetzt wirklich, ich kann mal nur, dass du die Suche jetzt anzeige, weil ja, du sagst, okay, wir haben immer einen sich wechselt. Hm. Hm. Hier, Uwe. Naja, warum haben wir uns gemacht, endlich mal einen ganz guten Charakter. . . .